Ach ja, grüßt euch Leute, ähm, viele von euch, also, naja, noch einige wenige, haben sich aber gewünscht, dass ich mehr LoL selber spiele. Das Ding ist, ich hab darüber schon länger nachgedacht und hab mir jetzt einfach mal überlegt, ich mach ja nicht nur ein LoL-Spiel, sondern ich zeig gleich den ganzen Vorgang. Das heißt, wir spielen jetzt einen Ranked. Ich werd's wahrscheinlich verlieren, weil ich dabei rede. Äh, es sei denn, ich werd Support spielen, das, äh, mal gucken. Ich hab nicht vor Support zu spielen, ich werd das einfach um mich zukommen lassen. Ach, was ist mir das so der hier in einer Stunde? Ja, genau, den krieg ich dann natürlich nicht. Ähm, ich bin selber in meiner ziemlichen Holzliga hier Gold 2. Ich hab schon mal versucht aufzusteigen, das ist alles bei mir nicht ganz so erfolgreich. Also, ich war hier schon bei meinen tollen Best-of-3, hab das erste Spiel gewonnen, hab dann wieder zwei verloren, war nicht so doll. Man sieht, ich spiele viel Support und deswegen auch noch zu spielen eingeladen, aber jetzt gerade nicht. Äh, ich mach jetzt hier erstmal alleine Ranked in the Dolo-Q. Dann gucken wir einfach mal, wie lange es dauert, hier so ein Spiel zu finden. Ähm, ich hab mir übrigens selber aufs Ohr Musik gelegt, die könnt ihr leider nicht hören aus Copyright-Problem. Aber ich brauch mal Musik zum Spielen und... Hä, das ist jetzt kein Geräusch mehr, was ist denn das? Ah! Was macht dann jetzt? Oh Gott, oh da. Ich hasse es, wenn das passiert. Windows spielt gerne mal Sounds ab, die nicht da sein sollten. Das habt ihr jetzt... Das war mein erster Test. So, das sollte klappen. Hervorragend. So, weil wenn man nämlich einfach im Windows-Menschein einfach Play drückt, dann macht er irgendwas. So, mal gucken, wo bin ich ihn platziert? Ganz unten. Okay, gut. Hi. Ähm, okay, er macht Jungle. Gut, ich hab letztes Mal Jungle gespielt, mir ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich viel zu schlecht bin, um irgendwie mein Team durchzucarrieren, dass ich dessen am besten nicht auf Lanes spiele oder und oder Support. Mal gucken, was es heute wird. Ähm, ich hab exakt weniger Probleme damit, wenn ich top bin. Also, na Quatsch, nicht top. Also, mir die Lanes ist mir ziemlich egal. Ich kann alle Lanes ziemlich gleich gut spielen. Und mein einziges Problem ist bloß, was ich habe, ist, wenn ich irgendwie first picken muss. Weil ich werde... Es gibt ja diese Counterlisten. Die sind ja an und für sich, sind die ja nicht weiter schlimm. Also, naja, nicht so doll auf jeden Fall. Also, gecountert werden ist jetzt nicht so... Ist jetzt prinzipiell... Das ist halt immer eine Sache, das gilt. Das Problem ist, dass ich kann das nicht handeln. Ich kann nur mit einem Champion gewinnen, weil ich einfach zu schlecht dafür bin, wenn der halt nicht der direkte Counter ist. Und es geht das einfach nicht. Ja, das ist prinzipiell... Nicht so schön. Dessen kann ich halt mit dem Champion nicht first picken. Also, ich habe echt Probleme mit einem AD first picken. Das kann... Ja, die SIN könnte ja zum Beispiel top oder... Top oder Jungle sein. Das weiß ich mir nicht so genau. Weil man dazu sagen muss, dass die Siegchancen von die SIN erheblich gestiegen sind. Oh, hier, guck mal, Webcomics. Das sind ganz interessant. Ich versuche eigentlich gerade mal... Warte mal, wo ist denn das hier? Ich meine, wenn ich jetzt schon mal den Desktop hier aufnehme, dann kann ich eigentlich sehr hier so eine Seite wie Lold King empfehlen. Oder... Da kann man sich nicht... Wo war denn das hier? Ach ja, genau. Da sieht man zum Beispiel hier die... Das ist eine reine Statistikseite, was sowas angeht. Also sieht man zum Beispiel, welche Champions... Äh... Äh, was ist das hier? Ne, was ist denn das hier? Champion pick jetzt... Genau wie oft welche... Das ist ein Sao hat zum Beispiel. Wahrscheinlich auch wegen der komischen Neujahrsgeschichte ein ganz schönes Plus gemacht, was das gepickt werden angeht. Schreibt ihr noch mal was? Was? Koro will Support spielen? Nein! Äh, der Mafi sieht da top aus. Oh, da muss ich ja Mitte. Dann werde ich wahrscheinlich Lux spielen. Was anderes kann ich hier gerade nicht. Ähm... Na, und so geht es jetzt hier vor. Ich weiß, so eine Statistikseite ist ganz interessant. Zum Beispiel, Schako wird enorm weniger gespielt. Also von 12 auf 4,64, obwohl Schako eigentlich nachvollend noch ein guter Champion ist. Lux, ähm, wird immer öfter gepickt. Ich hoffe, ich kriege die jetzt auch, weil ansonsten muss ich jetzt da... Uh, gegen... Warte mal. Da muss ich direkt mal gucken, was gegen Twisted Fate gut ist. Weil ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was meine ganzen Charts angeht, die ich so kann. Ich bin da sehr eingeschränkt. Das bedauere ich auch sehr. Dessen kann ich auch zum Anfang bei diesen ganzen Loicast nicht viel zu sagen. Ja, da haben wir schon das Eid. Ich habe nichts, was... Doch, Lux ist auch gut an dem ich look. Oder ich nehme Ari. Ähm, was haben wir denn hier für ein Team? Äh, zieh mich nah dran, ne? Ah, komm. Nehmen wir Ari oder nehmen wir nicht Ari? Lux ist der sichere Pick, glaube ich. Taktische Entscheidung, Summoner. Ähm, ich nehme Barrier mit. Oh Gott, das ist ja ganz schön laut gerade. Ich nehme Barrier mit. Also die Runen sind ja nichts Besonderes. Also das, äh, das Magic-Dings, das ich dabei habe. So ein bisschen Mag... Magic Race, ein bisschen Magic Pen ist bei. Ein bisschen Affiliate, obwohl ich bei Magic Pen nicht ganz sicher bin, ob ich dafür nicht AP mitnehmen sollte. Also, Koro wollte ja Support haben, aber irgendwie scheint er ja hier nicht so richtig... Was sagen wir mal, wenn ich eine Jungle-Manner liste habe? Ich brauche hier AP-C. Also, das ist ein ziemlich generisches Bild. Also, ich bin mir doch nicht ganz so sicher, ob das so toll ist. Ähm, das könnte definitiv besser sein. Also, ich bin da... Achso, der ist noch gar nicht dran, ne? Ich Idiot. Ich habe sogar einen Skin für Lux. Ist das nicht schön? Äh, AP-Trinder mehr. Äh, ich hasse AP-Trinder mehr. Wie die Pest, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, mag ich gar nicht. Ähm. Ähm... Naja. Mal schauen, was draus wird. Ja, ich habe mich, wie gesagt, für Lux entschieden, weil die hat einfach mehr Reichweite. Ari ist laut dieser Seite hier zwar irgendwie der bessere Pick, weil sie wie mehr Punkte hat. Allerdings ist das mal so eine Sache mit diesen Punkten. Es ist immer... Naja... Na, ich weiß nicht. Also, Ari ist im Biss halt näher heranspringen. Da könnte... Da könnte Glübler Twisted vielleicht... Vielleicht doch noch relativ viel Damage machen. Mit Lux kann ich im absoluten E-Fall sogar noch gut farben. Na gut, wenn er mit seiner komischen Teleport-Aktion da anfängt, kann ich da wahrscheinlich auch nicht viel gegen machen. Aber schauen wir einfach mal, wie es wird. Hier haben wir selbst mal was für einen Support gekriegen. Mh... Nunu? Ne, was? Nunu? Na gut, Nunu-Fan. Also, Nunu-Splot-Babble wurde ja genervt, dass es jetzt weniger lange hält. Das ist natürlich sehr traurig. Was ist denn da? Ich hatte überhaupt ein Fenster. Achso, das LOL-Dings. Ähm. Wie sich wunderschön in meiner Musik hier überlappt. Die von LOL. Die, die ihr hört und die, die ich höre. Ich sollte die vielleicht ein bisschen lauter machen. Ich meine, ihr hört die sowieso nicht, aber ich brauch die einfach. Wer sieht ja da unten, was ich gerade höre. Ah, wie der technische Knips hier ergriffen. So, dann geht's auch gleich los. Mal daran denken, dass es ein Ranked. Es geht hier um viel. Die Leute sind hochmotiviert. Ich spiel Gold 2, was jetzt persönlich gesagt nicht so dolle ist. Ich meine, da gibt's noch zwei liegen. Platin und Diamant. Also, da ist noch viel Platz nach oben. Ich geb ja immer wieder gerne zu, dass ich nicht der beste Spieler bin. Gerade was LOL angeht. Aber, naja. Ich bemühe mich zumindest, mich ständig zu verbessern. Ja, hat tatsächlich jetzt sechs Minuten lang gedauert das Ganze. Bis, von da. Vom Profilbildschirm bis zum Game-Start. So, bin ich mal sehr gespannt. Oh, dodge den auch einer. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber ich glaube, da fange ich neu an. Na gut, das geht los. Wunderschön. Wunderschön. Da kann ich vielleicht sogar noch was triggern, was immer sehr ärgerlich ist. Na? Na? Es kommt öfter mal vor, dass das Fenster hier so unten rechts ist. Da müsste ich jetzt noch ein anderes Programm da verwenden. Nein, passiert nicht. Na gut, dann geht's jetzt mal mit dem richtigen Programm weiter. Ach ja. So, Teil 1 geschafft. Dann gucken wir mal, wie das Spiel sich entwickelt. Dann müssen wir meine Musik leise machen. Oh, jetzt habe ich meine Musik ganz gemütet. Das war natürlich auch super von mir. Oh, jetzt ist es total laut. Ah, ist das ein Elend. Man möchte ja nicht unglaublich laut Musik hören. Oh, fuck, was habe ich getan? Oh, eventuell hat das gerade die Aufnahme abgebrochen. Das wäre nicht gut gewesen. Oh, wie denn muss es sein? Dann gucken wir mal, wie ein guter Spiel hier werden kann. Wie gesagt, Lux mit Barrier ist halt so eine Sache für sich. Also, das Problem ist, dass Lux hat halt ziemlich viel Reichweite. Oh, wir haben einen Platin-Menschen dabei. Lux hat halt sehr viel Reichweite. Und deswegen kommt man mit ihr selten dazu, so eine Ignite zu setzen. Also, man kommt zwar dazu, und ich glaube, gegen Trindermehr war vielleicht eine Ignite mehr. Wäre vielleicht gar nicht so unwünschenswert gewesen. Naja, jetzt ist es zu spät für irgendwelche... Für irgendwelche Bereuung. Ich muss mir gerade überlegen, worum die anfangen. Ich denke mal, Schuhe werden das Beste gegen Twisted. Dann wird es wahrscheinlich ziemlich... Oh, Mann. Ich glaube, das hätte ich nicht schreiben sollen, dass ich aufnehme. Ähm, bo-b-b-bop. Ja, doch, ich glaube, ich werde mit Schuhen anfangen, weil wir will er weiter hier schon versieren, oder was? Ähm, ich persönlich skille übrigens gerne als erstes den Snare. Einfach, weil ich bin mal gestorben, wo ich es nicht geschafft habe, dass es rechtzeitig nachts... Wo ich es, äh, nicht geschafft habe, es schnell genug zu leveln, wo ich es mir offen gehalten habe. Vor allem, weil die Bubble am Anfang sowieso nicht so viel Schaden macht, dass man damit unglaublich viel abfragen kann. Insofern finde ich, dass man damit irgendwie besser fährt. Oh, 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 oh. Why is hier am Lachen? Ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir invasiert werden, allerdings... ...haben die jetzt nicht... Na gut, die haben zwei Stunts. Naja, das ist eigentlich ein gutes Team, um zu invasieren, also... Sie könnten zumindest einen komplett... ...zumindest einen komplett rausstunlocken, und, äh... Oh, der hat noch die Wards? Ist ja krass. Der Wards ist ja natürlich hervorragend. Ah, dass er noch diesen Wardskin hat. Das ist der von Halloween. Dass er jetzt noch jemand hat, das ist echt besonders. Können Sie sich einfach so einen Wardskin holen und den... Den erst sehr viel später rausholen. Warte mal, ich stehe hier vielleicht ein bisschen außerhalb. Ja, super. So, Recall-Time. Rock. Ja. Mach ich jetzt heute wirklich gehen. Ja, so. Oh, da kommt der Invade. Oh, da kommt der Invade. Kommen sie wirklich? Weil wir müssen jetzt sogar so hier mit dem Jungle anfangen. Ich sage, ah nee, das ist ja gleich wieder ein... Unlustiges First-Platz. Gehe ich mal, solange Wayne da steht. Ich möchte übrigens mein Snare nicht benutzen. Nur für den Fall, dass die hier doch noch auf einmal Invade. Oh nein. Was mach ich denn hier? Ich wollte hier gerade rumrennen. Wenn ein Plan zusammenkommt. Mal ein bisschen draufhauen. So, wird Zeit zu gehen. Der Ward ist auch gerade ausgelaufen, kriege ich. Na, ich verpasse einen Quip. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Aber Twisted wohl... Na, verdammt. Twisted wohl nicht. Ähm... 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 Ich hab's gerade noch mit den Last-Sets. Ich sollte's vielleicht am besten nicht beschreiben. Twisted übt sich schon mal im richtigen, äh... Rauspicken der auch entsprechenden Karte. Ich seh gerade hier... Meine Clips pushen hier. Das finde ich hier gar nicht gut. Ey, aua. Zum Glück macht das auf Level 1 auch keinen Schaden. Wir können das machen. Mal gucken, ob ich hier irgendwie Twisted irgendwie aus der Menge... Aus der Menge rauskriege. Ja, ich seh es. Na ja. Ich hab's zumindest mein... Möglichstes Versuch. Und zumindest hab ich dadurch ein... Ja, TF hat seinen Flash rausgehauen. Das ist natürlich sehr schön. Und vor allen Dingen, äh... Hat das ein... Na, die krieg ich ja nicht. Das hab ich ja ahnt. Äh, vor allen Dingen hab ich damit einen... Einen frühen... Nein! Was mach ich denn hier? Zumindest hab ich damit einen frühen League-Gang vermieden. Die Doing Blue. Ja, kann ich jetzt eigentlich verhindern. Hm. Ja. Hm. Ich würd' ja gerne was schreiben, aber das Schreiben würde jetzt zu lange dauern. Es hat gar nicht gut, dass sie fühlt mich hier so ran pushen. Das ist sehr schlecht ausgeführt von mir. Ich denke mal, ich hätte mich hier minimal anders verhalten sollen. Also viele Midlaner fangen jetzt ja auch mit relativ vielen Potzen, äh... So ein Manarek-Dings. Also hier diesen Fairyship... Nee, heißt Fairyship? Heißt das Ding Fairyship? Doch ja, auf jeden Anhänger heißt das Ding, glaube ich auf Deutsch. Sie hört doch nicht mal rein rein. Mann! Also man sieht, äh, also... Mein Lasted leidet darunter, dass ich rede. Also die Weih schreibt echt enorm viel. Da sieht man wieder, dass Dangler viel zu viel zu tun haben. Äh, viel zu wenig. Die haben viel Zeit zum Schreiben, weil... Wenn die von einem Spot zum nächsten rennen, da kann man natürlich sich die ganze Zeit unterhalten. Warte mal... Backpacken wir mal die Bubble drauf, um wissen, um einen Lasten zu kriegen. Oh, sowieso aber beide. Nice. Ich muss ein bisschen... Oh! Fuck. Jetzt ist natürlich ein bisschen doof, dass ich... So, da ist das First Blood unsers. Wir können das machen. Ja, leider hatte ich alles auf Coole und also auch das Schild. Da konnte ich jetzt nichts machen. Sehr schade, aber First Blood ist unsers. Ein bisschen schade... Buff Transfer zum Glück, naja. Ist zum Glück nur der Red Buff und ich hab'n Blue Buff. Das werde ich jetzt auf Ice Cut ausnutzen. Hm. Muss ich auch? Aha. Jo, seh ich. Ich mach' jetzt hier einfach Random Power, einfach weil ich weiß kann. Aber immerhin haben wir ja das First Blood geholt. Das ist ja nicht schon mal viel wert. Einfach Random Damage draus drücken, weil der Typ sowieso pusht wie sonst... Oh, war ich den hier grad hingestellt? Ich war jetzt nicht so klug. Ich meine, er pusht hier wirklich wie so'n Weltmeister. Wahrscheinlich auch wegen seinen Pickel-Cut. Oh, das hat ein Y jetzt vor. Ich hab' grad alles auf Coole und das ist nicht gut. Hm. Scheinbar scheint er was zu ahnen, oder? Er macht jetzt die... Er macht wahrscheinlich die Geister. Da unsere Y grade gestorben ist... Ah. Ah. Treffer! Oh, ich hab'n Lasted dafür verpasst. Verdammt. Sehr ärgerlich. Dann bin ich Level 6. Twisted auch gleich. Hm. Hm. Ja, das Problem war AP-Toner mehr. Das wird im Moment grad sehr viel gespielt. So. Äh. Oh fuck. Twisted rennt hier grade los. Da wird wahrscheinlich... Na, das ist wahrscheinlich schon zu spät. Da ist es auch. Ähm. Ich liebe es, wenn ein Plan kommt, um zu kommen. Ich kann jetzt nicht viel machen. Ich könnte jetzt hier versuchen, nur wie großartig drauf zu gehen. Aber ich denk' mal... Denk' mal... Das war jetzt... Warte mal. Ich bin mal in der Schau. Wer da noch kommt. Ich bleib' hier mal kurz nach oben. Was? Warte mal. Gute Entscheidung. Ahhhhh. Natürlich sehr ehrig, ich hab' mein... Ich hab' vergessen meine Bubble zu zünden. Hat' sowieso nicht erreicht. Ah. Er ist natürlich jetzt sehr traurig. Den Kilo of Twisted hätte ich gut gebrauchen können. Das hätte mir noch einen weiteren Vorteil gegeben. Ich weiß gar nicht was macht unsere botlane da. Aber dadurch, dass ich keinen von den Gegnern von Lenan sehe, denke mal, das läuft bei denen ganz gut. Ich denke mal, ich mache einfach zu wenig Damage auf Level 1. Also meine Runen sind exakt auch nicht auf maximale Early Game dominanz ausgelegt, sondern sind eher so eine sichere Mischung, damit das Early Game nicht komplett verkackt wird. So, ich werde jetzt auch nach Hause gehen. Bin Level 7. Warte mal, scheiße, es gibt einen Blubar für mich, oder brauchst du den? Aber sie hat nicht gepinkt, sie würden wir brauchen. Ich meine, ich brauche nicht wirklich. Ich werde mir hier gleich einen Kelch kaufen. Kelch kaufen ist so eine Sache. Wenn es für Lux scheiße läuft, würde ich ja persönlich dazu neigen, mir eher Damage zu holen. Aber im Moment läuft es hier halt gerade so la la. Beziehungsweise eigentlich ganz gut für mich. Warum habe ich das jetzt gemacht? Oh man, ich sollte echt weniger reden. Und... Also in White Cards kann man relativ einfach ausweichen. Zumindest so lange er nicht vorhat, mich dann wirklich zu töten. Eigentlich habe ich auch noch. Ich habe halt bloß Angst, dass es twistet. Ja, Malfit hat halt enorm Probleme gegen... ...McKritterlot. Oh, fuck, jetzt bin ich da auch noch reingerannt in die dummen White Cards. Na komm, hier, machen wir das hier. So, haben wir sogar noch twistet getroffen. Hervorragend. Ah, Mann. Ich bin doch gerade auf dem Heimweg. Ah. Wir können das machen. Meine Wien mit Double Buff wäre natürlich sehr unschön, wenn sie schlimm sind. Ich habe gerade meine Old verwendet. Ähm... Ähm... Vielleicht macht er bei Go. Vielleicht kann man dazu bringen, aber ich bezweifle es sehr. Oh, fuck. Oh, das war noch schlechter als gedacht. Oh, ich glaube ich, dass White up ist. Oh, fuck. Oh, oh. So ein Jungler kann er nämlich auch ganz schön in die Bedrohung treiben, bei sowas. Wenn man... Oh, sehr schön. Unser Bot-Line scheint zumindest ein bisschen... Na, fuck. Aber klar, konnte ich jetzt nicht... Konnte ich nicht sehen, war nicht nur ein bisschen... Scheiße! Ja, das ist... Das ist wie immer. Ich bin gerade überlegen. Kaufe ich mir noch ein Dings? Ne, ähm... Warte mal. Vielleicht... Vielleicht noch ein Bug oben drauf. Ein Wort und ein paar Potts. Denk mal, Potts werde ich vor allen Dingen brauchen. Das ist ein bisschen schade, dass das Weih hier... Kein Fall ein bisschen Kills kriegt. Hm, denken wir auch nicht, dass sie hier irgendwas tot kriegen. Und auch nicht unter maximalen UTI-Einsatz. Ich meine, MyFeed hat jetzt schon den... Na gut. Man muss zwar dafür flashen, aber vielleicht gar nicht schlecht. Übrigens TF... SS, übrigens. Was, you would, Q. So, ich, äh... Denk mal, ich muss hier in der Mitte jetzt mal ein bisschen Druck machen, damit Twisted nicht an der Hund roben kann, weil das ist... Das ist... Das... Oh Gott, der hat schon Lidspellen fertig. Das ist ein großes Problem an Twisted Fade. Warte mal, warum habe ich denn hier eine Cooldown-Boots? Naja. Gott, warum waren die so wenig lange gestunt? Verflucht. Das kam jetzt da ein bisschen unerwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich einen länger stunnen kann. Ach so, ah, fuck. Er wurde erst von der zweiten getroffen. Ich sehe, man sieht, ich mache hier dumme Denkfehler. Er wurde halt erst... Also, Twisted wurde halt erst gerade vom zweiten Coo getroffen. Das trifft ja immer zwei. Und wenn es den zweiten trifft, dann ist es halt nicht so effektiv. Äh, TFSS. Brauch ich dich, Freunde. Denk mal, der... Ich kann halt... Twisted schlecht davon abhalten, hier Druck zu machen. Ach... Oh! Oh, das mal... Nein, verdammt! Ah. Ah, top ist eine Bedrohung. Ich denke mal... Ah, Drake wird hier gepinkt. Die Botline ist halt gerade... Ah, Twisted... Oha, war ganz schade. Ah, GoBot. Ah... Ich muss noch mal kurz achten, dass... Oh, fuck. Ja, das hat das große Problem. Vor allen Dingen, eigentlich fällt mir gerade so auf, die Botline fährt hier eigentlich ohne Twisted mit Hilfe. Ich sehe, ich sage da noch nicht so richtig, wie wir das gewinnen können. Wenn der Y macht jetzt zwar einen guten Job, in... Da kommt auf jeden Fall der Twisted vom Dienst und ich habe ein bisschen Angst, dass... Oh, fuck. Da ist er auch schon. Da kommt er. Ja, dieser Twisted, ne? Ich kann das... Ich kann das auch schlecht aufhalten. Oh, fuck. Oh, Gott. Wie konnte ich den denn nicht da treffen? Na gut, das war's denn gewesen. Da würde ich den sofort abbrechen. Das war alles, was ich gesagt... Komm, 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 komm schon. Mädel, nein. Fuck. Na. Das läuft einfach nicht. Ja, ich habe... Ich habe am Anfang zu wenig AP. Das ist ein Problem an diesem Bild, was ich hier gerade ausspiele. Das hat halt keine Power am Anfang. Das ist halt mehr darauf ausgelegt, früh zu farmen und vor allen Dingen, sich auch auf keinen Fall aus der Lane pushen zu lassen. Das Problem ist, dass gegen Twisted war das eventuell die falsche Idee. Also ein klarer Spielfehler von mir an dieser Stelle, weil... Und das Ding ist, nur farmen... Das bringt halt gegen Twisted nichts, der deutlich besser farmt als ich. Was ist denn da oben eigentlich schon wieder los? Weil der gute Twisted, der... 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 Der warmt jetzt einfach nur. Der macht... Der haut jetzt seine White Cards raus, farmt damit. Farmt da vor allem gar nicht schlecht. Vor allem dieses... Das picke Card, also das... Das hat ja nur... Wie drei Sekunden Coulon oder so, das... Oh fuck. Oh fuck. Oh, ich hab's... Ey, ich hab's nicht mal geschafft, mein verdammtes... Mein verdammtes Barrier zu ziehen. Wo fahr ich das überhaupt bei? Man hört, ich bin nur noch am fluchen. Ähm... Ja, cool, dann du sagst es auf jeden Fall. Also prinzipiell ist... Ist der Essenes Unholy Grey genau das, was ein... Was ein... Was eine Lux braucht, aber... Ich ahne, dass ich das hier so nicht gewinnen werde. Morellonomicon... Ja, ich denke mal, ich werde hier... Ich werde hier einfach Flat AP kaufen müssen. Das Problem ist halt, wie gesagt, auch mit dem Twisted, der sich hier als einen Kill nach dem anderen holt. Der farmt sich halt hoch. Man kann... Man kann es auch nicht verhindern. Also... Das ist halt echt ein Problem an der Stelle, weil... Twisted Fate ist... Wow, man. Ah, das ist genau wie Pantheon in Mitte, aber den kann man halt nicht so gut spielen. Wohingegen Twisted Fate in Mitte ist 1A. Vor allem, dadurch, dass ich gerade tot war, kann ich das jetzt nicht mal ausnutzen, um hier großartig zu pushen. Ah, die dachte ich zack im Nasen gerade. Mich ärgert gerade ein bisschen, dass ich gerade so gestorben bin, wie ich gestorben bin. Ich habe eindeutig... Oh. Ah, toll. Jetzt machen sie auch noch Druck. Aber ich habe versucht... One level ahead, ja. Wir können das tun. Oh, was ist das denn jetzt? Oh Gott. Mein Bildschirm ging gerade aus. Warum hat er denn das gemacht? Oha. Ja, kann ich nichts hier machen. Ich habe mich gerade rausgehauen. Mehr als ob rumstehen kann ich hier echt nicht. Ja, das ist natürlich... Oh, was ist denn das? Oh Gott. Oh, fuck. Es ist ein wenig schwierig zu spielen, wenn der Bildschirm mal schwarz wird. Verdammt. Das ist gar nicht gut, sage ich mal. Dann ist man auf einmal blind. Eventuell könnte man das mit Teamfights noch rausführen. Lux ist relativ gut, was sowas angeht. Bin ich in Reichweite? Nicht mal ansatzweise. Oh nein. Ah, verdammt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, da komme ich. Du hast geflogen. Du hast geflogen. Was soll ich denn da bitte schon machen? Ich bin angetreten, um zu helfen. Das hasse ich ja am meisten mit Gegnern bin ich tatsächlich verspotten. Ob zu Unrecht oder zu Recht, das ist mir ja nicht egal. Ich meine, wenn ich ihn schon mal habe, dann benutze ich alles. Na gut, ich habe jetzt ein 500er Killing Spree gekriegt, was prinzipiell nicht schlecht ist, aber... Wir haben halt keinen einzigen Tower. Das ist halt echt gerade ein Problem. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist das irgendwie... Achso, ich war rausgetappt. Das läuft halt gerade nicht so, ne? Wie gesagt, ich hoffe auf Slate Game. Es steht 8.14. Und größtenteils gefeatet ist an dieser Stelle vor allen Dingen. Ich schaue in die Richtung. Wir haben 2 K. Ja, ja. Nächstes Problem ist dadurch, dass unsere Tower hier gefallen sind. Das habe ich ja schon öfter mal an den Casts erwähnt. Dass uns dadurch auch ziemlich grob die Vision fehlt. Wir müssen jetzt also erstmal anfangen, hier alle mit dich durchzupuschen. Der K. hat natürlich in der Situation natürlich noch den großen Vorteil. Wer sind die denn? Oh, Jungs. Jetzt kommt hier noch der K... Oh, verdammt. Genau! Ja, das war jetzt... Alter, dass er sich wirbeln kann, wenn er gesnared ist, ist jetzt echt ein bisschen... Das ist enorm Panne. Mal ernsthaft. Ich mag nicht zu wendern. Mal gucken, ob ich mein Team hier noch irgendwie motivieren kann. Aber ich ahne, dass es nicht gut aussieht. Na toll. Ja, das ist auch ein großes Problem, dass man halt Spiele verliert, weil irgendwelche Leute halt einfach nicht willens sind, bis zum Ende zu spielen. Ach, Mann. Und weil sie keine Lust haben. Das ist natürlich auch immer wieder ein großes Problem. Und ich denke mal, das wird jetzt auch mehr der Grund sein, warum wir verlieren, weil die Leute halt irgendwie nach drei Kills ein bisschen deprimiert werden. Nee, die geht nix, muss eher ich halt aufhalten. Das ist, glaube ich, besser an dieser Stelle. Allerdings. Ich meine, das ist schön, dass ich ihn jetzt da habe, aber... Ich müsste es ehrlich gesagt noch nicht so richtig darauf machen. Jetzt kommt er hier noch an, oder was? Das hat er gerade nur gemacht, um mir zu zeigen, wie toll er eigentlich da ist. Ja, wie gesagt, AP drin ist im Moment so ziemlich das Lächerlichste, was geht. Aber es funktioniert halt. Und wahrscheinlich auch bis zum nächsten Patch wird das noch weiter in der Fall sein. Ähm, ja toll. Jetzt war ich hier mit Top beschäftigt und habe irgendwie vergessen, dass mein Team... Ach, naja. Man muss doch die kleinen Kills nehmen. Bringt ja auch nix hier, äh... Also ich haue jetzt alles für jeden Kill raus. Oh, Mann. Ja, das ist natürlich echt ein Problem, wenn irgendjemand hier vor surrender wartet, einfach nur noch. Toll. Vergiss mal, dass das... Oh, fuck. Mandieren lang. Habt ihr ja gar nicht gerechnet. Die werden wir ja wohl kriegen. Wir haben da einen Nunu, wir haben alles. Wir haben eine AFK, Wayne. Ach, hat jemand mehr eine Sister? Ich kriege das natürlich sehr ärgerlich. So, Wayne hat hoffentlich nur für Geld gewartet und nicht für irgendwas anderes Lustiges. Ähm... Ja, das ist halt... Na bitte. Infinite Sustain. Really. Ja, ich... Ich bin ja auch der Meinung, das kann auch gewonnen werden. Weil Trunda mir halt einfach nur auf die Penis seines Shars, ähm... Vertraut. Man solche Leute halbwegs gut downfokusen kann. Ich bin mir mittlerweile unsicher, was meine Barrier angeht, die ich hier so schön mitgenommen habe. All die Weile... Ah, gerade bei den Trunda hätte ich dann Ignite mehr vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ähm... Bin ich nichts mehr. Oh Gott, ey. Das, 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 das hasse ich ja. Also, dieses, dieses Deprimierte und, äh, wir haben da sowieso keine Chance. Das, so kann man halt keine Spiele gewinnen mit so einer, mit so einer Laune. Was ist... Wenn man, man muss gewinnen wollen. Und auch bis zum letzten Moment kämpfen. Wenn es sein muss, bis zum nächsten runter. Ich habe schon Spiele gehabt, da waren wirklich alle Inhips down und die wurden noch gewonnen. Von mir, von dem Team, ohne Inhips. Das geht alles. Man braucht dafür halt bloß ein bisschen, äh... Man muss halt an ihn sich glauben. Und viele Spiele wären noch einfach nicht, wären noch verloren. Wo sie eigentlich noch gewinnbar waren für das andere Team, weil wir die Leute einfach aufgegeben haben. Die waren, die haben geistig schon verloren. Aber übrigens, da kommt, das wird gleich ganz übel von Ender Y ist nicht da. Und gleich wird hier Twisted reingesprungen kommen. Ich sehe auch keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Wow. Ja, komm, spring ran. Ja, spring, 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 Junge, spring. Da war übrigens jetzt die Barrier wieder eine geile Idee. Ja, übrigens jetzt, mach diesen scheiß Dragon. Ich ziehe den raus und das ist gut. Natürlich auch geil. Wenn er jetzt noch ges... Das ist natürlich das große Problem hier, Twinde. Pusht ihr einfach bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Mein, der Inhip ist sowieso down. Oh fuck, der Laser war der, war ja, äh... Mann, nein! Ich geb hier nicht auf. Gott. Man tut halt doch mal aufgeben, wo in dieser Twinde, ne? Das ist halt echt ne Nervklage. Also, wie gesagt, viele Spiele werden ver... Kann man das nicht immer nach Kampf erschieben? Viele Spiele werden verloren, weil sie geistig verloren werden. Wir können das tun. Ich habe mal wirklich mit allen getroffen, was ich hatte. Na gut, wenn ich einen Ignite bei gehabt hätte. Obwohl, ne, wäre ich vor Ort gewesen. Hätte ich nicht überlebt. Ähm, das Problem ist, dass ich hier gerade ganz schön ober-externe. Ich sollte vielleicht langsam gehen. Vor allem, wenn die da unten rumhängen. Ähm, oha. Warte, wir haben jetzt gerade einen Drake gekriegt. Wir sind jetzt hier mit 16, 17. Ähm, das ist unser großes Problem, dass wir keinen einzigen Tower haben und das hier... Tründermär auch lustig vor sich hin drückt. Der kann halt irgendwie ziemlich schwierig aufkommen. Man kursiert das an AP-Tründermär. Er hat wirklich lauter AP-Items. Aber seine Kraft kommt nicht aus den AP-Items, sondern tatsächlich aus seinen komischen Crit-Wahrscheinlichkeits-Dings. Oh, das ist ein echtes Interpolz. Ich wasche jetzt mal Deadcap, wenn man vom Waschen reden kann, ob die man schon ein Item fertig hat. Ich baue ein schnelles Deadcap. Eventuell wäre es vielleicht klüger, auf mehr Defensive zu gehen. Allerdings bezweifle ich, dass, wenn ich einmal alles gezaubert habe, noch lange lebe. Ähm, mehr Cool-Done-Deduction wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So, was machen die denn jetzt hier? Ich... Oh, fuck. Ich möchte nicht gesentert werden. Ich möchte nicht gesentert werden. Danke. Gut, dass die Deathcap-Schilde so lange halten. So, damit ist der AD Cammy tot und die pushen hier trotzdem wie die Wahnsinn. Das geht so einfach nicht. Wo kommt denn der jetzt raus? Ah, der hat jetzt die Flucht ergriffen? Wir dürfen jetzt... Kann der irgendwie aufgehalten werden? Nein. Jetzt... Bin ich mal anders als in Reichweite. Ja, das ist halt... Es ist halt eine Taktik, die viel zu gut funktioniert. Ich meine, wir hauen jetzt alle hier auf alle Dinge. Da sind sich Twisted heran da an. Blödsinn weg. Ah! 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 Wir werden dieses Spiel wahrscheinlich verlieren, einfach weil die Taktik einfach super ist. Weil dieses unendliche Sustain... Ja, super. Dieses unendliche Sustain, was dieses Team hier hat. Dadurch können die halt pushen wie die Hölle. Und ich sehe auch nicht so richtig, was wir dagegen machen können. Vor allen Dingen, weil... Wir kriegen jetzt hier um so einen läppischen Support, aber was haben wir davon? Damit gewinnt man keine Spiele. Mit Support killen. Alles klar. Nächster Punkt ist, dass unser AD Carry scheinbar kein Clan dabei hat. Ups. Oh, das war schon das Schild. Das ist doch schon mit kaputt gegangen. Oder hat es... Ich glaube, es hat gar nicht getroffen, oder? Ja, also wir sehen, wir haben hier zwei Knips down und wir haben ein nächstes Tötet schon. Es ist halt... Die Lage ist wertvertretend. Jetzt machen sie ihren Nashor wahrscheinlich. Ja, machen sie. Also... Gegen Nashor kann ich jetzt auch nicht viel tun, weil... Ich sehe nicht mal Tründer mehr hier irgendwie rumstehen. Wir gehen mal, Nashor ist schon bald gemacht, oder? Obwohl, wir brauchen doch relativ lange für die ganze Geschichte. Ja, wir brauchen die Tower. Wir brauchen so verzweifelt Tower. Ich schaue an sie. Ich schaue an sie, wenn ein Plan zusammenkommt. Ähm... Wie gesagt, ich sehe hier gerade... Was machen wir denn jetzt? Komm, bauen wir hier noch einen... Void Staff. Ähm... Mit seinen Unendlichen. Ich laufe einfach durch die Gegend und bin überall und nirgends. Ja, den Drake, den können wir jetzt nicht verhindern. Da komme ich nicht mal in... Da komme ich nicht mal in Laserreichweite, bevor es so weit ist. Das brauche ich gar nicht erst zu suchen. Das ist nur eine Verschwendung von Zeit. Dass ich mit Farben besser verbringen kann. Oh Gott. Habe ich bereits erwähnt, dass das auch niemand aus unserem Team versuchen sollte, diesen... Ah, jetzt werden wir hier alle sterben. Obwohl, das ist ein relativ tankerer Kollege. Das bin ich eigentlich wieder abgeladen. So, so far so gut. Ähm... Ah, fuck. Ich hatte keiner in Wisch. Nein! Nein! Oh Mann, ey. Wir können das tun. Ja, die machen alles richtig. Auf jeden Fall die Kollegen, die holen den ersten Turret, während wir uns gerne an kümmern können. Bisschen schade, dass Wayne bei der ganzen Geschichte gestorben ist, aber leider nicht abänderlich. Ah, jetzt weicht ja auch noch mein Ding jetzt hier aus. Sehr ärgerlich. Dann sind wir erst wieder da. Okay, Tarik ist nicht weiter... Tarik ist nicht weiter... Ich würde ihn gerade echt am überlegen, ob ich mir den vielleicht doch einen Litch-Brain zulege. Tarik, den könnte man eigentlich easy weghauen, wenn ich das richtig sehe. Das muss ich nicht mehr gar nicht geben. Okay, gut. Ähm, der Top... So, jetzt müssen wir aber... Das ist Zeit, zu gehen. Schaffen die das da oben, wie es... Natürlich nicht. Gut, dann wird es wohl Zeit, dass ich mir mal den ersten Blue-Buff in diesem Spiel selber hole. Ich hoffe, ich überlebe das so. Äh, ich muss übrigens ein Kompliment an unseren... An unseren Jungler... Äh, Quatsch. An unseren Support geben, der... So rein vom Warning her ist die Situation echt beeindruckend geworden. Warte mal, ich stehe zu weit weg. Das ist ja ein Zeitkosten, aber... Ähm... Hm, jetzt kommt der... Nein, ja gut, ja gut. Wenn der Zwayne am Leben bleiben wurde, wäre ich ja sehr stolz auf hier. Ja, ist gut. Nein! Gott. Burnout TV nicht fähig... Nein, Jungs, ihr könnt nicht ohne mich kämpfen! Wenn die das machen, sind sie tot. Ich bin mir zwar nicht 100%... Oh, gut, sie haben hier gerade... Adi ist auch nicht da. Das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut. Ähm... Ach, komm. Fuck! Ich hab's versucht. Ich meine, bei 20 Sekunden CD kann man das durchaus mal machen. Aber Tustate ist tot. Das Problem ist, dass ich Angst habe, dass die uns einfach eiskalt durchbackthouren. Ohne größere Probleme. Delicious. Weil... Ja, da sehen wir's schon. Wir brauchen so verzweifelt Tower. Sagen wir mal, wir haben dann Adi-Carry. Ähm, wir müssen jetzt aufpassen. Hm... 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 Why wird's, glaube ich, nicht schaffen, allein, oder? Na gut, ich kann ein Part rausholen. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das Problem ist halt, dass wir hier halt nicht wirklich einen Vortritt machen. Wir haben zwar unsere Inhips, aber wir haben keine Tower mehr und kein gar nichts. Man sieht, dass wir jetzt Kämpfe gewinnen. Allerdings. Die Kämpfe, die wir jetzt gewinnen, sind halt... Oh, fuck. Nein. Twisted Fate holt sich halt immer die, die alleine sind. Ich bin echt noch liegen, ob ich mir selber... Ja, ich hole mir selber mit Lichspellen. Das macht gerade Sinn in der Situation. Ich brauche mehr Damage. Und mit Lichspellen kann ich mit 400... Obwohl, so brauche ich gar nicht mehr. Ich hatte ein Nasher-Buff, hat mir ja so viel gegeben. Ähm. Ah, ohne Ad-Carry wird das ja schwierig zu kämpfen. Was willst du überhaupt von mir? Nein! Nein! Ah! Was will der von mir? Okay, jetzt, jetzt gilt's, jetzt gilt's. Nein! Ah! Infinite... Infinite Sustain! Hab ich's nicht gesagt? Jungs, könnt ihr da bitte aufhören, diesen dämlichen... Ähm. Ähm. Ja, vielleicht schaffen sie es, das Ding nur zu retten. Das wär gut. Ich meine, wir acen hier ein Mann, äh, ein Kind nach dem anderen, aber... Ah, ich denke, ich muss jetzt das Ding hier bauen. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche ein Hourglass. Ein Hourglass. Wir haben noch einen, die sind ja... Und ja, wir schaffen es zwar, jeden Teamverzug... Wir müssen doch da, dass die ein bisschen riskier reingehen, aber... Da ist einfach kein Land mitzumachen damit. Ah, wie gesagt, man muss auch einen Geist gewinnen wollen. Denk mal, wenn der Wayne vorher die richtige Haltung gehabt hätte... Also, ich weiß nicht, ob das ein Ding der unerfahrenen Spieler ist, oder... Ob es einfach nur mit positiven Glauben oder mit Lebenserfahrung zusammenhängt, aber... Das ist ja... Das ist eigentlich überall im Leben so. Wenn man... Wenn man geistig aufgibt, hat man schon verloren. Weil... Zum Beispiel ist es... Zumindest statistisch... Bewiesen, dass man... Besser durch Krankheiten kommt, wenn man da positiv reingeht. Also, wenn man daran glaubt... Die Krankheit besiegen zu können. Ähm... Das Problem, was ich hier gerade sehe, das ist... Das ist ein Bait, Jungs. Die Backdownen uns die Bude kaputt in der Zeit. Ah, vielleicht auch nicht. Ich meine, die könnten ja hierbei nur gewinnen. Ich meine, das sind entweder... Oh, der hängt da so gut weg. Nein, nicht sterben! Hä, vorhin ist ja nichts gestorben. Also, ich sehe, dass Wider hinten irgendwas macht, aber... Fuck. Na gut, damit haben wir den Mofa verloren. Da kommt doch noch Super-Kaitlin angerannt. Nein, ich schwöre hier nicht. Never surrender. Nein! Oh fuck, das war die falsche Horde. Oha, das könnte... Das könnte hart werden für mich. Ja, das AP drin ist im Moment wirklich ziemlich OP. Gebe ich unumwunden zu. Kann man nur nichts gegen machen. Ja, GG. Naja, soviel dazu. Ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Naja, at least I tried, wa? Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn ich verloren habe. So. Minus 14 Punkte. Also, wie auch immer. Wenn euch das Spiel gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch und erzählt euren Freunden davon. Wenn's euch nicht so gefallen hat, gebt doch einen Kommentar. Ich freu mich, wie gesagt, immer auf Kommentar. Besonders, wenn ich Spiele verloren habe. Ja! Ach Mann, ey. Ist echt unglücklich. Na gut, bis zum nächsten Mal. Samuels. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und we. COP plain. 土.